Eine Shiny zum Beispiel ist gar nicht online. Shiny hat das Stream drangegeben. Ich weiß auch gar nicht ob die Steam online ist. Ja, die ist abwesend. Die hat das Stream drangegeben. Ich spiele rechts. Haben uns nicht gesehen. Die haben nicht mehr nach links geguckt. Die rennen einfach durch. Die laufen einfach durch. Die rennen durch. Jetzt haben sie uns gesehen. Headshot. Einer ist tot. Gott. Okay. Die Arme. Ich mach den Grunt. Nein, der rennt einem von euch hinterher. Ich kann gerade nicht mehr den Mountain-Member. Ich habe es schon geregelt. Keine Sorge. Noch eine tot. Alter. Okay. Ich geh schon mal auf. Ja, ich geh auch mal auf. Ich bin leider nicht hier. Ich bin nicht hinterher. Ich bin in der Richtung. Alles klar. Alles klar. Oha, vier hättest du durch die Wand gefressen. Danke. Die nächsten sind bei Hamlock. Ja, ich habe mich deswegen ein bisschen beeilt. Ich habe auch zweimal daneben geschossen, ich hätte ihn haben können. Ich habe ja davor schon zwei. Ich hole mir eben den Clou. Das Ding ist, die Hunderterleitung, also die beziehungsweise die Tausenderleitung bei uns. Die ist halt einfach nur sau teuer, ne? Oh, 100 Dollar. Nur, dass du nicht wirklich viel machen kannst, oder Nara? Da müssen deine Eltern hier ran. Tobi, weißt du, ich bin so voll glücklich, dass wir 30k-Leitung hier haben, wenn überhaupt. Alle anderen sind schon viel weiter vorne mit denen. Ja, mehr hätte ich auch nicht. Wenn ich bei der Telekom bleibe, hätte ich auch nur 25 Mbit. Heftig. Und deswegen muss ich eigentlich auf Kabel wechseln. Aber ich hoffe immer, dass es da in der Gegend stabiler läuft. Ich muss ja sowieso das Geld von Twitch steuerlich absetzen. Das ist bei mir eher mein Gebiet. Da gibt es eigentlich eher weniger Probleme am meisten. Also mit der Telekom habe ich so gut wie nie Probleme gehabt in den vielen Jahren. Da ist ein Grunt, okay. Das waren wir nicht. Aber nicht unser Crane. Das waren wir nicht. Äh, hier! Oh Gott! Bei mir drin, bei mir drin, bei mir drin, bei mir drin, glaube ich. Nee, ist nur ein Grunt gewesen. Da, wo ich gepinkt habe, da sind sie. Okay. Ah, jetzt habe ich mich gerade erschreckt. Ich habe gerade so geträumt und auf den Boden geguckt. Ja, da wo ich gepinkt habe, da sind sie. Die aimen ab. Kannst du bitte nochmal pinken? Geht nicht. Ich zähle auf mich. Warte kurz. Da. Nice Shot. War das der Gunrunner? Hab den einen. Okay. Der andere ist da hinten. Treffer. Treffer! Hab ihn. Oh da, Alter. Bis ich da bin, alles weg. Ich habe Blut geleckt. Danke, Tobi. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Wir können ja gleich schon rausgehen, Alter. Dann nutzt ja nichts mehr weiter zu spielen. Doch, doch. Ich brauche Geld. Ich brauche echt Geld. Munition. Nochmal Munition. Ja, ich bräuchte Spezial-Munition dringend. Boah, das war schön, Mann. Danke, danke. Das hätte ich niemals geschafft. Ich glaube, ich habe da nur einen Hit gesetzt. Das hat gereicht. Das hat einen Punch ausgelöst, deswegen. Die ist panisch geworden, die letzte. Ja, richtig. Patik hat mit seinen Zombies abgelenkt. Perfekt. Ich hatte die ganze Zeit Probleme mit den Zombies. Die waren irgendwie in deine Richtung fokussiert auch. Oh, Spieler! Noch einer weg! Holy shit. Die zielen auf mich! Ach! Da habe ich was gesehen. Gerade, wo ich looten wollte, ey. Ein Sheriff. Oh Gott! Ja, weil ich runtergesprungen bin, habe ich... Wo ist der andere? Oh! Sehr schön. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ja, alle da. Sind alle tot. Oh, nice! Okay.